Man muss eine Arbeit haben, oder? Warum? Die Gesellschaft ist so aufgebaut, oder? Das ist ein kalkulatorischer Fehler. Wir hatten ja die Idee von diesem Film. Weisst du, wie ist dein Dokumentary? Jetzt? Ja. Wir sind noch hier am Filmen. Irgendwie habe ich so viel Zeug. Wir sind jetzt hier. Wir sehen uns in dieser Rolle, um euch die Geschichte des Dokumentarfilms zu erzählen. Minimalismus ist eigentlich egal, wie viele Dinge ein Mensch hat. Hauptsache, er ist bei sich in der Klarheit. Ich glaube, Konsum ist eine Belohnung für sich selber. Die Nützgefühle haben ja gut. Wenn ich mich schon so arbeite, wie ich muss, wie es von mir verlangt wird, dann darf ich mir etwas gönnen. Dann gönne ich mir ein schönes Auto. Dann gönne ich mir ein grosses Haus. Ich habe ja hart geschafft für das. Dann gönne ich mir das. Ich glaube einfach leider, dass es überhaupt nicht um das geht. Mic check, bitte. Ich kann ihn natürlich nicht hören, aber natürlich höre ich dich. Okay, jetzt kannst du bei dir auch. Genau. Spiegel in den Spiegel. Okay, gut. Ja, natürlich. Ich habe mich jetzt finden. Ja. Ja, so wahrscheinlich. Das finde ich. Ja. So, las geht's an. Super, cool. Du musst jetzt gefährlich schauen, Kat. Gefährlich. Ach. Action. Auf. ? ? ? Vielen Dank.